Wir müssen stehen und suchen mir mal ein Settings draus, ne? Ihr macht das schon, ich vertraue euch ganz und klar. Das ist eine komische Sache. Was ist das denn? Ich frag es. Das ist aber neu, oder? Sanko regelt schon. Oh, das ist neu. Das ist neu. What the fuck? What the hell? Da sind Mino oder so. Ich weiß nicht. Ja, ich respawn hier. So, mach mal zum Quest, oder? Die dürfen euch nicht erreichen. Ne, die sind okay. Ja, okay. Was war das dann am Anfang? Keine Ahnung, das war, äh... Das war, äh... Komisch, ja. Ich hab nur gesehen, dass was in die Luft gegangen ist und dachte mir so, ups. Das hab ich auch gesehen. Das war ein Anschlag. Ja. Und die Al-Qaida. Ja. Krieg's gleich eine E-Mail dann. Al-Qaida. Okay, da ist... Wir bekennen uns dafür, dass du in der Indie gestorben bist. Okay, den Dicken dahinten kann ich nicht ranziehen. Ähm, was war das? Hm. Alter, was soll ich jetzt mit dem Fischer machen? Ich hab keine Ahnung. Einfach schwimmen. Was mit deiner Blume? Grace. Ja, die braucht eh wie viel. Echt? Ja, keine Ahnung. Da muss ich mal ne ganze Zeit nur für heilen, ja? Ja, da hab ich mal was Neues gefunden, ja. Ja, da hab ich mal was Neues gefunden, ja. Die braucht 37 Punkte und ich bin grad mal bei, ich kann sie nicht einsehen, ja. Aber so viel ist das nicht. Was ist das hier? Ja, geht dir ruhig mal vor. Ich bin aber mal so ganz vorsichtig. Hab ich alle? Ne, hab ich nicht. Hier die Regeln schon drin sind. Ja, ja. Komm mal ran hier. Hier müssen wir noch irgendwas machen. Das sind die Recycler. Ah, da kommen noch mehr. Recycler. Oh, jetzt? Alter. Oh, hier stehen so viele rum. Ja. Noch gar nicht. Und das ist leer, was hast du denn? Da hab ich schon voll gefreut. Du tausende Gegner und hier nix, ey. Alles leer. Genau wie eben. Alle warten, dass wir einloggen können. Ja, ich bin drin. Hahaha. Mal gucken, hier steht irgendwas Lustiges in den Kisten. Die kann man mich schon kaputt machen. Nee. Oh, Neat. Neat, blaues Item. Oh, hier kommt was. Bryce, geh mal vor. Okay. Ich bin auch hier vorne. Also, du bist genau auf der anderen Seite? Ach so. Ja, ich war auf der anderen Seite. Jetzt. Alter, ich kann nicht mehr runter, oder? Da rüber, den Steg entlang. Noch weiter laufe einfach. Da kannst du wieder kurz abgeben. Ach so, das wolltest du schon immer mal ausprobieren. Haha. Haha. Ich bin ja schon hier und jetzt. Was ist hier unter Wasser? Warte, lass mir doch noch am Leben, bitte. Tatsache. Ich will grad mal gucken, ob ich einen an der einen... Naja, man bekommt doch Schaden, wenn man sprengt, okay? Ja, einen einsamen Kolek. Ja, weil diese... Die haut mit ihren Teilen um sich, ne? Weil... Ja, ja, ich dachte, das wäre vielleicht die Elektrizität auch auf dem Boden. Und... Aber... Ja. Alter, das ist doch Bullshit. Ah, hier... Ne, hier sind noch mal die... Warte, da rechts, pass auf rechts! Ja! Ich war... Ja. Diese rotleuchten Teile sind das... Ja, die machen AOE-Feld. Und die One-Hit. Ja, ne, ist das AOE-Feld, ne? Das AOE-Feld, ne? Ja, ja, genau. Ja, was soll das denn? Man, schon Tank und hält nix aus. Bitte? Genau. Ich hätte dich wohl wiederbelebt. Du sollst nicht. Ich mein, schon... Da haben wir schon nen Tank, der hält nix aus. Achtung, links ist die nächste Mine. Alter, wie kommt man hier aus dem Wasser raus? Kannst du rausspringen. Aus dem Wasser kannst du einfach mit Shift laufen und dann... an die Oberfläche kannst du rausspringen. Ey, was muss man jetzt mit dem Ding wachen? Mit dem Korall musst du irgendwo hinlaufen, was? Ja. Ja, ist das schon weg oder was? Kann das einer kaputt machen? Oder ist das ausgelöst? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die ausgelöst sind. Guck mal. Rafe, wo läuft da hin? Der geht scherben. Ach, große Korallen muss da auch sammeln. Ey, wo ist das mal ausprobieren, ja? Ja. Ah ja, eine Hack, gell? Alles gut. Und ich glaub schon irgendwo... Aber da kommt ein neues... Ah ne, da ist seine Falle, ne? Ja. Was? Ne, da ist meine Falle. Meins? So ähnlich aus. Haha, hab Angst davor, hab Angst. Ich hab auch keine Falle, die zu deaktivieren, die Teile, ja? Ja, du musst sie einfach nur auslösen, sondern ausweichen, schätze ich mal. Oh, die sehen, die sehen auch gefährlich etwas. Die sehen aus, als würden die hochgehen. Oder was schmeißen, ne? Ja, die kann man im CC halten. Eine große. Ja. Eine richtig fette. Ja. War da hinten. Ich hab's, äh... Was ist los, Raze? Na, komm da. Oh, ich konnte schon laufen. Was soll das denn jetzt, ey? Oh, so ein Sword-Match wäre nice. Für Mana-Buff. So mitten im Sprung, you've used all up, you've used up all your levity. Und dann... Eww. Einfach so. Gar kein, gar kein Speed mehr, ja? Ich hab's. Ganz lecker. Oh, der hat's. Ich hab's. Oh, der hat's. Der schrottplatz. Mal zusammen, komm. Soll ich alle zusammen holen? Ja. Moment, Moment. Sofach, sofort. Ja, die kippen aber schnell. Killen die One-Shot, oder was? Ja. Ja. Ja, läuft doch. Geil'n Drache. Wer schimpft dir? Shun-Shun-Shun-Kong-Kong-Kong. Ja, ja. Ja, genau. Ja, die Übersetzung alt, ne? Shun-Shun-Shun-Shun-Shun-Shun-Shun-Shun. Okay, also ich dachte es mir schon. Dann muss wieder einen Archäologen anrufen. Hau? Ja, genau. Der muss ja wirklich lernen, ja? Jetzt ist vorbei. Okay, die killen hier alles. One-Hit einfach. Ehh, okay. Ja, wieder so ein Video. Ja. Na, hier denn aber nicht, oder sind sie noch anders dran? Ja, die sind weg, ne? Glauben anscheinend, sie werden fertig. Hast du verstanden, ja? Holen müssen wir jetzt? Nach unten. Versteck mal, im Hard-Mode tut das ganz schön dauer. Ja. Genau. Weil das ist ja auch auf ne gewissen Range, ne? Weil Race geht's ja auch die ganze Zeit ab. So, das ist ne krasser Range, ja. Achtung, hier ist wieder rechts. Ja. Bumm. Hahahaha. Hahahaha. Ich hab nicht gesehen, aber so wie ihr lacht, was geil gewesen sagt. Ja, guck schnell in den Stream, das kommt jetzt. Ja, das streamst ja gerade. Ja, klar. Da siehst du die rote Fläche und bumm. Ah, schön. Du sagst das gar nicht, passt auf. Da kommt jetzt auch so das rote Feld, steh ich mittendrin. Ja, immer noch besser als über mir. Ich land so, haha, das rote Feld. Wenn ich dort zur Seite bin, ums Arschleck noch drin und verreck. So. Okay, hier liegt einfach Drop rum. Oh ja, warte, ich komm. Da teilen wir durch zwei. Okay. Eins, zwei. Okay, beides mehr. Oh, schön. Ja, nur grüne Sachen. Ja, goldene, ja. Boah, jetzt sag mir bitte nicht, wir müssen, äh... F to intact, hä? Also ich denke mal, wir können rechts lang. Also hier lang, weil da ist noch zu. Äh, was hast du da genommen? Ja, was hab ich genommen das erste? Äh, okay, hier trennt ich's wie eine komische Karte. Äh, doch eine Mine da vorne. Alter, wie viele Quests hatten denn, nur zum Abschließen jedes Mal? Ja. Ja. Ach, doch krass. Übel, hat ein halbes Limmel gegeben. Seh ich. Äh, ist nix drin, ne? Nee, müssen wir... Müssten wir wahrscheinlich links lang auf... Ja, da geht's ja irgendwie weiter, mal gucken. Äh, gut, karte aus. Hat doch eine Mini-Map oben eingeblendet. Ja, klar. Oder wenn... Wenn man da drauf gehen... Dann seht ja auch, dass ihr gesagt, dass ihr gelaufen seid, oder? Ja, ich würd sagen, Dio wird jetzt einfach hier drauf springen und gucken, was passiert. Ah, Flügel gehen nicht, schade. Ja, eben. Wenn du drüben bist, kommst du auch nicht mehr zurück. Nee, lass doch einfach runter gehen. Da ist ja wieder Selbstmord. Ah. So, und jetzt? Hast du die Quest bei dem da oben fertig? Jetzt... Jetzt müsste Dio so schlau sein und sagen, ja, ihr müsst alle herkommen. Ja, gut und zweit. Ja. Wo bist du jetzt grad? Oh. Oh, hi. Okay. Wenn hier die andere abgeben. Ich hab ja Flammari, oder? Alter, der nockt mich die ganze Zeit. Was ist denn los mit dem? Ein head haben wir noch klein. Alter, was ist mit dem? Die gehen schwer auf den Sack. Ach, Trina. Ich mach mal Schaden. What the fuck is Trina? Die gehen ganz schnell auf den Sack, irgendwie, ne? Kann das sein? Wollt ihr euch die ganze Zeit wegknocken? Naja. Ja, warte. Da hab ich ne Lösung. Hey, Heinergum ist drauf. Nee, die gehen durch. Nee, echt? Boah. Also, das ist anscheinend so ein Ansturm gedönst, der die... Das... Das den egal ist. Aber hier, Ansturm, Ansturm kann ich auch. Hä? Müsst du hier im Haus abschließen? Ja, aber geht ja. Nee, musst weiter. Finde ich cool, dass wir mal nicht weisen wollen. Ja, ja. Das find ich cool. Was ist das? Äh, das hat viel Leben auf jeden Fall. Ein K ist das. Schlüssel. Gleich wird die ganze Fläche roten, wir sind tot. Ja, ich muss jetzt mit einem AK. Das fehlt, ja. Ich kann auf jeden Fall nicht staunen. Da ranziehen. Das müsst ihr machen. Frisch, wenn ein Wirbel winkt. Ernsthaft? Was soll er fressen? Ich glaub, der hat sich nicht verstanden. Ich hab... ich hab das schief gemeint. Ja, ja, der hat sich nicht verstanden. Der ist einfach weitergekommen. Ja, ich sag dir, aber das ist ja echt wie Harry Potter-like, ja? Harry Potter. Warum Harry Potter? Pratronus Maximus oder so? Ja. Ja. Oh, und jetzt? Oh, you're strange. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Huiiii. Oh, cool. Ah, da sind sie wieder. Oh nein, ich komm nicht durch. Die treuen Gestalten. Hier rechts. Wie du kommst nicht durch? Ja, los, Gott. Ja, hier. Hier müssen wir weiter. Ups, ich hab grad. Hier ist ein Amboss. Ein Schalter. Ja, und da links haben ein Vieh. Mein Schild. Meins. Ja, ganz länger Elite macht das. So. Ja, hört gut zu. Ja, steckt jetzt ist das Ding aktiviert, ne? Ja, irgendein Spycat. Na, kannst du jetzt weitergehen? Das hört sich irgendwie lustig. War das eben zu, oder? Ja, das Tor war eben zu. Okay. Commander, Achtung! Atombombe wurde gestartet. Nuclear missile launch detected. Countdown läuft. Nee, ich glaub, ich weiß schon, was uns jetzt hier erwartet. Oh, hallo. Mechanist. Er hat das aber nur ein kleiner, ne? Mhm. Ach, wir sehen ja noch gar nicht am Ende. Nicht, dass er größer wird. Naja, hier ist ja nur... Zwischeneben oder so. Ja, aber ich denke, wir müssen gleich noch oben den langen Weg entlang, um hier das so aufzumachen. Wenn das jetzt nicht aufgeht. Doch, geht auf. Ja, den großen Wehr hab ich auch schon gedacht, was das ist, ja? Komisch entstand. Ja, schon ein bisschen. Nein, die Recycler. Die wollen der Umwelt helfen, zerstört sie! Wir haben lieber die Bestien, die hier den Käfigen besiegen, ja? Sehen viel geiler aus. Wir werden recycelt, Hilfe! Nein, sie wollen der Natur was Gutes tun, zerstört sie! Ja, steck mal, wenn man die im CC hält, dann ist das nicht so schlimm. Aber die eben kommt noch nicht in CC, ne? Die ganz decken, die drei, ne? Die drei dicken, ne? Oh, Delfin, hui! Vielen! Ja, du Arschloch! So, und jetzt? Endboss! Da ist was! Da ist er! Oh! Der hat aber ne schöne Pyramide auf, darf ich die haben? Der erinnert mich ein bisschen vom Kopf her an Silent Hill. Ja, Silent Hill! Oder an das Rhinozeros von Spider-Man. Nein! The Rhino! Nein! Irgendwie das Silent Hill oder Spider-Man, Alter! Was denn da in der Hand, ey, was ist denn, was soll das sein? Das sein ist... Ne Axt oder was soll das sein? Nanalplug, los, let's go! Könnt ihr denn die Mechanic? Ja, klar, drauf! Rucht den Tod und sonst immer drauf! Hui! Die Mechanic mal heißt, ihr macht und ich schloch irgendwann ne Blume. Aua! Greift ja nur dich an, weil mich hat er bisher... Aber ich hab Akku auf jeden Fall. Ach so, der holt da dann noch so nen Bohrer raus und so, okay. Ach du Schande! Ich hoffe, die kann nicht aus...